Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Varo News, heute mit Tag Nr. 5. Heute ist mal wieder super, super viel passiert, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es sind mehrere Leute gestorben und zwar 4 an der Zahl. Fangen wir an mit meinem Lieblingsteam, muss ich ehrlich gestehen, wo sich leider einer von verabschieden musste. Das Team Hashtag Mauts muss leider auf Conchrafter in der Zukunft verzichten. Kurz zur Situation, leider etwas unglücklich eingeloggt als Mr. Moorgame und Ari nur noch wenig Spielzeit hatten. Ari hatte nur noch 10 Sekunden etwa, dann wäre sie gekickt worden. Aber Conchrafter und Krancrafter haben sich eingeloggt und um Conchrafter war quasi schon ein Raum ausgehebelt worden. Und Ari war in der Nähe und haben quasi nur noch darauf gewartet, bis Conchrafter sich einloggt. Allerdings dachte Conchrafter, sie dürfen nur 3 Folgen im Voraus aufnehmen. Und haben dann zu einer Uhrzeit gejoint, als sie sich ausgerechnet hätten, dass die eigentlich schon unten wären. Aber da haben sie sich wohl etwas getäuscht. Ari konnte somit Conchrafter einfachst töten, nachdem er sich eingeloggt hatte. Und Mr. Moorgame ist 5 Sekunden vorher aus dem Game quasi gekickt worden, ist aber dann wieder drauf gejoint. Und hat somit einen Regelverstoß begangen mit 4 Folgen, die er quasi aufgenommen hat. Aber man darf halt nur 3 im Voraus aufnehmen. Ja, somit hat er einen Strike bekommen und Mr. Moorgame wollte diesen Strike aber nicht wahrhaben. Somit hat er irgendwie wohl die Teamleitung, ja, angelogen, also GLP. Und ja, da ist es wohl zu Streitigkeiten gekommen und Mr. Moorgame wurde komplett aus Varro 4 verbannt. Das heißt also, Ari muss alleine sich durchkämpfen. Sie lebt natürlich noch weiterhin, denn sie hat ja nichts Rechtmäßiges getan. Ja, nichts Unrechtmäßiges. Ein weiterer Tod, beziehungsweise für ein Team, ist Zombie und Mordado, die gesnipet worden sind von Venicraft und Basti GHG. Wer hätte es gedacht? Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also Zombie und Mordado hatten da wirklich gar keine Chance. Und somit scheidet ein Team aus. Und natürlich, was vielleicht noch erwähnenswert ist, das Team Ungespielt Unfassbar, ja, mit Phasen HD noch, hat wieder einmal 15 Diamanten gefarmt. Also Leute, es wird auf jeden Fall sehr interessant in Varro. Es bleibt spannend. Und vielleicht noch eine kleine Randnotiz zu dem Kanal Peatsmeet, beziehungsweise Brammen. Brammen hat ja teilgenommen und hat mit den Shader gespielt, wie schon in der letzten Folge angekündigt. Hat aber tatsächlich einen kompletten Rauswurf bekommen. Und zwar lag das daran, dass er drei Folgen mit Shader aufgenommen hat. Und der Shader ist nicht erlaubt. Und somit muss er mit drei Strikes leider auch das Projekt verlassen. Und ja, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Heute war natürlich ein gefährlicher Tag. Insgesamt also vier Tode. Ja, und mal sehen, wie es morgen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid. Und mehr ist nicht passiert am heutigen Tage. Und wir sehen uns am besten morgen wieder, wenn es wieder heißt. Minecraft Varro News.